So, wir sind da mit den Jungs von Who's Panda im VIP Backstage quasi. Ich habe hier vier Bierchen organisiert, darf ich da mal jeder schnell eins schnappen. Und wir machen jetzt schnell ein lustiges, ein lustiges. Ich bin ein wenig angeheitert, wenn ich immer so viel muss trinken. Aber jetzt trinken wir mal nichts, weil jetzt geht es um die Jungs. Jeder von euch bekommt jetzt eine Frage gestellt. Entweder ist sie richtig oder falsch, sind ganz einfach. Es geht um alle Acts, die heute gespielt haben mit euch hier am Furtenfestival 2015. Ich denke, da kennt ihr es sehr gut. Ich habe nicht früher gehört, Crow singen, das kommt geil. Alright, legen wir los mit der ersten Frage. Ich habe sie aufgeschrieben. Aber scheisse, jetzt kennen sie ja die Antwort dahinten. Nein, wir müssen sie einfach überstecken. Wir schauen nicht. Also, sie müssen jetzt nicht schauen. Aber du darfst nicht schon trinken. Hey Mann, was ist das? Die müssen warten. Frage Nummer eins geht an Tom. Scouting for Girls. Wie viele Frauen sind in dieser Band? Ah, zwei. Es war leider eine Fangfrage, kein einziger. Das wird für dich heissen, Bier auf Ex. Schnaufe nicht vergessen. Schnaufe. Die Hände schon getrunken. Schnaufe. Das sind Rockstars. Schnaufe. Schnaufe. Das ist eben... Ich heisse das hier. Schnaufe. Bin du auch? Ja, das ist okay. Das ist okay, das ist okay. Super gemacht, danke für mal. Gut. Nächste Frage für Devali. Momentan, ich stehe jetzt extra eine Tür, weil du hast vorhin Crow gesungen. Frage Nummer zwei für Devali. Ja. Genau, Babe, De Crow ist am Singen oder am Rappen oder was wie man das immer nennt. Am Pro-App machen. Was ist dein richtiger Name? Bruno. Sag Bruno. Und? Bruno? Oder? Bruno? Du hast einfach mal einen Trink, ich glaube, da hast du das Problem. Bruno ist leider falsch für dich. Aber wie ist dein richtiger Name? Ist Carlo... Carlo... Carlo Weisel. Du! Carlo Weisel. Weibel. Carlo Weibel. Der hat ja immer eine Maske genommen. Carlo Weibel. Es gibt auch ein Lied. Hallo. Gib mir ein Hallo. So, hat er vorhin gesungen. Huere geil. Für dich ein Bier auf Wax. Hallo. Hallo. Ja, genau so. Ja, genau so. Möchtest du den Kluven nicht vergessen? Komm, trink jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Zuerst immer die, die grosse Klappe haben. Und dann die, die es nicht selber können. Jetzt. Achtung. Aber er ist schon voll. Er ist schnell. Das ist faszinierend. Go, 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 go. Tipptopp. Lass uns erzählen. Mindestens drei Viertel sind weg. Die nächste Frage für dich. Von wo kommt La Brassbanda? Äh, Österreich. Deutschland. Du dummer Hund! Für dich ein Bier auf Wax. Aber er hat schon angefangen zu trinken. Das heisst, das muss alles weg. Bei Nicolas mit S muss jetzt alles verschwinden. Komm, gib ihm. Wenn er fertig ist, bin ich auch fertig. Also gut. Lass uns zählen. Bei ihm haben wir sowieso sehr lange. Schau, jetzt wird es spannend. Für was steht K-I-Z? Nein. K-I-Z. Meine fette Klöte im Zentrum. Es ist fast so geil. Sie haben nicht mal einen richtigen Namen. Es sind mehrere Sachen. Entweder Kriegsverbrecher im Zuchthaus, Kannibalen in Zivil, Künstler in Zwangsjacken, Kreuzritter in Zentralasien, Kapitalismus ist zauberhaft. Kloschüler im Zollbad. Knoblauch, Ingwer, Zwiebeln. K-I-Z. Das wär's gesehen mit dem Trinkspiel. Hier mit den Jungs von Hauspanda. The Panda is the Crow. Jetzt auf der Bühne. Das heisst, für dich gibt's noch genau ein Bier auf Eggs. Let's go! Kurtenfestival 2015. Wie dir geht's? Hör auf, du kotzigst, Kollege.